Der größte Drohnenangriff im Juli. Die Ukrainer haben russische Arsenale zerstört. Heute kam es am Flughafen im Dorf Krasnowaryske in der besetzten Stadt Krim in der Ukraine zu heftigen Explosionen. Es wird angegeben, dass der Angriff mit 17 unbemannten Luftfahrzeugen durchgeführt wurde und dieser Angriff auf ein Munitionsdepot in der Region Tankhoi verübt wurde. Die Russen hatten hier vor dem Angriff Munition platziert und nach Angaben des russischen Verteidigungsministeriums wurden elf Drohnen neutralisiert. In vielen Bereichen kam es jedoch zu schweren Schäden. Auch die Streitkräfte der Ukraine bestätigten den Angriff auf der Krim und Aksionov kündigte die Zwangsevakuierung der Bewohner der umliegenden Dörfer in der Region an. Zu den betroffenen Gebieten gehörten Dörfer im Umkreis von fünf Kilometern um die Region Barwohner. Nach diesem Vorfall stellten die russischen Behörden den Schienen- und Straßenverkehr in der Region Tankhoi auf der Krim ein. Analysen geben an, dass der Flughafen Oktium Briskoia seit langem verlassen ist und nicht mehr für seinen ursprünglichen Zweck genutzt wird. Auch das russische Verteidigungsministerium reagierte auf die Vorwürfe und erklärte, dass lediglich 17 unbemannte Luftfahrzeuge die Krim angegriffen hätten. Nach russischen Angaben wurden elf dieser 17 unbemannten Luftfahrzeuge durch elektronische Kriegsführung neutralisiert und die restlichen sechs unbemannten Luftfahrzeuge wurden von Luftverteidigungssystemen getroffen und fielen auf dem Territorium der Krim. Die Russen legten jedoch hier Munition ab und zahlten den Preis. Ebenfalls gestern neutralisierte das Marienkorps der ukrainischen Streitkräfte etwa zehn russische Soldaten, indem es ein Gebäude traf, das den Eindringlingen als Stützpunkt diente. Das russische Verteidigungsministerium bestätigte, dass ein Angriff auf russische Zehnergruppen in einem Zug mit drei Munitionen durchgeführt wurde. Gleichzeitig soll ein Flugzeug Moskau angegriffen haben und Sergej Sobyanin gab eine dringende Erklärung ab, um die verängstigten Russen zu beruhigen. Der Bürgermeister der Hauptstadt erklärte, dass Moskau in den frühen Morgenstunden von Drohnen aus unbekannter Quelle angegriffen worden sei. Laut Sobyanin landete infolge des Angriffs ein Flugzeug am Strand von Fritzinski, nur 500 Meter vom Gebäude des Moskauer Verteidigungsministeriums entfernt. Russische Medien berichteten, dass eine dieser Drohnen nur einen halben Kilometer von der Konsumowski-Straße entfernt abstürzte und sich in der Nähe des Gebäudes des russischen Verteidigungsministeriums befand. Infolge der Explosionen stürzte das Dach eines zweistöckigen Gebäudes in der Konsumowski-Straße ein, die Fenster im ersten Stock des gegenüberliegenden Ladens wurden eingeschlagen. Auch das russische Verteidigungsministerium äußerte sich zu dem Vorfall und machte erwartungsgemäß die Ukraine, für den Drohnenangriff verantwortlich. Stolz verkündete er, dass die angegriffenen Flugzeuge von russischen Luftverteidigungseinheiten neutralisiert wurden. Aber den Ergebnissen nach zu urteilen scheint es, dass dies nicht nur Prahlerei ist. Dmitri Peskov, der gehorsame Mediensprecher des russischen Diktators Wladimir Putin, äußerte sich eher ausweichend zum frühmorgendlichen Drohnenangriff auf Moskau. Als Peskov eine direkte Frage zum Drohnenangriff in Moskau gestellt wurde, lehnte er eine Antwort ab und betonte, dass diese Angelegenheit in die Zuständigkeit des russischen Verteidigungsministeriums falle. Darüber hinaus betonte der Kreml-Sprecher zweimal, dass alle Drohnen von den russischen Luftverteidigungskräften neutralisiert worden seien. Tatsächlich gab Peskov den Reportern keine neuen Informationen, aber es war klar, dass er etwas wusste und es verheimlichte. In den letzten Tagen wurden 86 Angriffe auf 17 Siedlungen in der Region Zaparazzi registriert. Laut Yuri Maleschko, Leiter der regionalen Militärverwaltung Zaprasia, wurden 86 Artillerieangriffe auf die Dörfer Charifne, Travona, Malinivka, Malatogmaschka, Bilohurst, Stepnohurst und andere Dörfer an der Front gemeldet. Letzte Nacht zerstörte das russische Militär eine mit Sprengstoff beladene feindliche Kamikaze-Drohne, die auf Grenzschutzbeamte im Gebiet Kakiya gerichtet war. Der staatliche Grenzschutzdienst der Ukraine gab bekannt, dass die Kamikaze-Drohne im Grenzgebiet in der Region Charif gefunden wurde. Ukrainische Grenzschutzbeamte gaben bekannt, dass die russische Drohne sie mit einer Waffe abgeschossen habe, weil sie nicht sofort explodierte. Da die russische Drohne nicht sofort explodierte, entschärften die Grenzsoldaten den daran angebrachten Sprengstoff. Gleichzeitig griffen russische Soldaten gestern mit Artillerie und Mörsergranaten die Bezirke Jehov-Kupians und Izum in Charif an. Bei einer Explosion in einem Haus in der Region Kupiansk wurde eine 70-jährige Frau verletzt. Darüber hinaus gehen die Zusammenstöße in den Bezirken Jehov und Izum rasant weiter. Die ukrainischen Streitkräfte halten ihre Stellungen sicher und die russischen Soldaten machen in diesem Bereich keine Fortschritte. In der Region Karkasia kamen gestern zwei Menschen durch feindliche Angriffe ums Leben. Werfen wir nun einen Blick auf eine weitere Neuigkeit zwischen der Ukraine und Russlande. Heute sind die Ukrainer in den Wald eingedrungen und haben der russischen Angriffsgruppe in den Rücken geschossen. Der Vormarsch der Ukrainer, insbesondere in die Donbass-Region, gilt als einer der konkretesten Beweise in dieser Region. Andererseits wendet sich Russland dieser Tage an die Frontlinien zwischen Donetsk und Charkiv, um den Vormarsch der ukrainischen Streitkräfte zu stoppen und die Schmerzen der Drohnenangriffe in Moskau zu lindern. Das Hauptziel der Russen war die Stadt Lymen, in der Nähe der Region Charkiv. Bereits nach den Drohungen der Wagner-Gruppe aus Weißrussland kam es in den letzten Tagen an kritischen Punkten bis zur Grenze zu Charkiv zu schweren militärischen Aktivitäten. Unter Ausnutzung dieser Situation machten sich die Russen auf den Weg zur Stadt Lymen, die zwischen den Regionen Charkiv und Donetsk liegt. Die russischen Streitkräfte versuchten, die ukrainischen Truppen aus Richtung Lymen zu verdrängen. Eine große russische Angriffseinheit startete einen heftigen Angriff auf die Gardeenheiten der ukrainischen Armee in der Nähe der Stadt Lymen. Ukrainische Soldaten wurden im Waldgebiet von Lymen unter schwerem Beschuss eingeschlossen. Ukrainische Truppen nahmen in diesem Gebiet eine Verteidigungsstellung ein. Die Russen hingegen schickten weiterhin ihre Panzertruppen gegen die ukrainischen Soldaten aus dem Waldgebiet von Lymen. Wenige Stunden nach Beginn der Kämpfe traf jedoch schnell Verstärkung zur Unterstützung der ukrainischen Nationalgarde ein. Zusätzliche ukrainische Truppen erreichten aus dem Nordosten von Lymen das Waldgebiet, in dem die Kämpfe stattfanden. Während die Russen durch einen überraschenden Angriff erschüttert wurden, setzten die Soldaten der ukrainischen mechanisierten Brigade ihr schweres Artilleriefeuer fort und die Russen waren nach langen Kämpfen zum Rückzug gezwungen. So entgingen die ukrainischen Soldaten dem intensiven Beschuss der Russen in Lyman. Quellen des ukrainischen Verteidigungsministeriums und Kiews bewerteten diese spektakuläre Operation der mechanisierten Brigade als die größte Rettungsaktion der Woche. Infolge dieser beeindruckenden Erfolge der ukrainischen Angriffsbrigaden wurde die russische Verbindung zwischen Donetsk und Scharkiv schwer beschädigt und nach dieser dramatischen Operation B.E. Lymen waren die Russen gezwungen, ihre Stellungen aufzugeben. Die Moskauer Regierung schickt jedoch weiterhin ihre Armee in die Gebiete Kupyansk und Marinka. Freunde, wir sind am Ende unseres Videos angelangt. Bitte vergessen Sie nicht, unseren Kanal zu abonnieren, um sofort über viele Entwicklungen auf der Welt informiert zu werden. Wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss!